Musik Hallihallo ihr Lieben, könnt ihr mich hören, sehen und was ihr sonst noch wollt? Erstmal gibt es eine Umarmung, hallo, hallo. Chat, ich brauche mal kurz Feedback. Erstmal könnt ihr mich klar und deutlich sehen, hören, ist alles schick. Ja, und dann gucken wir weiter. Also alles Step by Step, passt es. Pidunski ist da, Cat Gurley, Enrico Hamburg, Dämonic Fox, The 501 Legion ist am Start. Hören, sehen, riechen und schmecken. Gogi Bär, ja, das ist absolut richtig. Klappergebiss, den haben wir noch nicht. Hatschi1, Rapier Lowlife, Dropkick LP, viele Namen, viele Menschen. Hallihallo, wenn alles gut läuft, dann sind wir in wenigen Augenblicken auf der Twitch-Startseite. Das ist natürlich eine Sache, auf die man sehr gespannt sein darf und kann. Denn wir machen heute was Wunderbares. Heute geht es mal wieder darum, ihr kennt es ja, Michael Krogmann ist ein audio-orphiner Mensch, der hat immer Bock auf Audiosachen. Und dementsprechend darf ich heute was Tolles machen. Ich darf euch heute die Bose Noise Cancelling, stell die Scharfkamera, QuietComfort Earbuds 2 vorstellen. Also, Noise Cancelling Kopfhörer von Bose, erste Sahne und ich freue mich drauf. Die packen wir dann aus, machen ein bisschen Mocke und dann gibt es noch coole Sachen im Chat. Und zwar ist es so, dass der Chat nämlich was triggern kann. Und zwar ist es so, dass ich über meine geschätzten neun Freunde aus England, dem Ben, nämlich, dass er mir Störsignale geben wird. Und der Chat, nur der Chat kann diese Störsignale quasi verringern, tatsächlich. Durchs Spammen von Bose. Dazu kommen wir aber gleich. Erstmal Step by Step, erstmal Produkt Action. Frage an euch, wofür brauche ich neues Cancelling Kopfhörer? Jetzt ist endlich die Schärfe da. Wofür brauche ich sowas? Es ist eine rhetorische Frage, ich erwarte sofort zwei, drei Antworten aus dem Chat. Die müssen wirklich wie aus der Pistole kommen. Ich erwarte auch kein Bullshit. Das Wort im Chat. Ja, ganz genau, Hatschi. Im Chat schreiben. Warum nicht? Warum brauche ich die nicht? Das ist schon mal richtig gut. Erst die Werbung, dann das Vergnügen. Zum Kameraschärfen. Lauter auf die Trommeln hauen. Das ist alles richtig. Wofür noch? Fetter Sound. Ja, natürlich. Fetter Sound, damit meinst du natürlich, dass das Ganze aus der Umgebung alles rausgefiltert wird. Und damit habe ich ein immersives Sounderlebnis. Also ich persönlich will immer ein neues Cancelling Kopfhörer benutzen. Ich finde es immer geil. Und das werden wir heute abchecken, ob die hier das bringen, was sie versprechen. Und ich glaube schon. Move to another galaxy. Ja, das klingt auf jeden Fall richtig nice. Ja, das ist bestimmt possible hiermit. Davon bin ich überzeugt. Also, sind wir alle da? Sind wir ready? Können wir starten? Hier sind sie schon. Bose QuietComfort Earbuds 2. Ich mache sie jetzt auf. Das ist das erste Unboxing hier. Das ist einfach nur schön. Guckt euch diese Schönheit an, wie das hier steht. Und jetzt ziehe ich es auf. Ich ziehe es langsam auf. Und ich erwarte auch, dass der Chat so ein kleines wie in so Kochshows. So ein A. Könnt ihr jetzt mal kurz so ein A schreiben? Habt ihr das gefühlt? Das habt ihr gefühlt, oder? Ja, weiß ich. Wow. Ja, ja. Das ist schon ziemlich nice. Jetzt geht es hier weiter. Jetzt mache ich hier so weiter. Pass auf. Jetzt mache ich hier so auf. Und dann muss das nächste A kommen, ja? Ist das richtig rum? Das ist doch nicht richtig rum. Warte mal. Muss ich kurz checken. So ist es richtig rum. Ja. Also, Chat. Soll es weitergehen? Wo ist die Schärfe? Warte, ich brauche mehr Schärfe. Schärfe geht nur so. Schärfe geht nur so. Ja, da ist die Schärfe. So, jetzt haben wir wieder Schärfe. Und jetzt kommt ein Box-Off. Leute, jetzt brauche ich wieder ein A. Langsam. Langsam. Oh, oh, oh. Chat. Uh. Ist es das? Fühlt ihr das? Fühlt ihr das, Chat? Guckt mal. Was ist da denn Schönes drin? Was ist das denn? Ich weiß doch genau, was es ist. Jetzt weiß ich nicht, wie ich es akkurat weitermachen muss. Ich stelle es jetzt auf den Kopf, ja? Nimm es raus. Nimm es raus. Stelle es auf den Kopf. Pass auf. Da ist es. Da ist das Ei. Wie gut das riecht. Riecht mal dran. Herrlich. So, und jetzt? Jetzt machen wir auf. Leute. Ihr Buds 2. Hier sind sie. Das ist doch mal ein Unboxing. So sollte man immer Unboxings machen. Das finde ich, so ist es einfach sehr, sehr schön. Oh, wie schön. Wir gucken uns aber erst an, was noch in der Box ist. In der Box ist zum einen dieses Case, was natürlich auch als Lade-Case fungiert. Das heißt, man kann hier die Kopfhörer reinpacken. Hier schlafen die drin. Das ist deren Zuhause. Das ist das Kopfhörer-Zuhause. Und hier kriegen die immer neue Energie. Genau so wie ihr. Wenn ihr schlafen geht, dann tankt die Energie. Die Kopfhörer schlafen an diesem Bettchen Energie. Sehr interessant. Ganz genau. Und die kann man da rausnehmen. Sehen Sie? So ganz schön. Rausnehmen. Und wieder. Da schlafen die. Das sind die Betten. Das sind die Kopfhörer-Betten. Und einfach wieder reintun. Das ist da drin. Dann habe ich aber noch mehr Sachen in der Box. Und zwar dieses Zeugs hier. Jetzt fragt man sich, guck man, was ist das? Was willst du uns damit sagen? Damit kann ich diese Kopfhörer hier auf die Ohren anpassen, damit die schön halten. Damit die es nämlich schön verschließt im Ohr. Damit ich ein möglichst großes, ähm, wie soll ich das sagen? Dass die Ohren abgedichtet sind, damit die Noise-Cancellation möglichst gut funktioniert. Was das ist, kann ich euch zeigen. Das sind einfach so Ringe, die man auf die Kopfhörer setzt. Ich nehme mal den Ring für L. Für große Ohren. Richtig große Ohren. Habt ihr da so Aufsätze. Und das könnt ihr dann anpassen. Versteht ihr? Die brauche ich. Wer schreibt, die brauche ich. Na, die, das passt schon. Ne, die sind da aufgeladen, weil ich habe das schon vorbereitet. Ich habe es schon vorbereitet, die sind schon aufgeladen. Ich bin einfach oberschlau. Und dann ist da noch eine wichtige Sicherheitsinformation drin. Hier kann man das sehen. Ja, die wichtige Sicherheitsinformation, ganz dickes Buch. Und dann steht hier, let's start the music. So, und natürlich brauche ich zum Musizieren diese Kopfhörer. Und Bose sagt selbst, dass die die weltweit besten Kopfhörer entwickelt haben, wenn es um Noise-Cancellation geht. Und das finde ich auf jeden Fall sehr beeindruckend. Und das werden wir auch abchecken. Und das werden wir auch herausfinden. Und das finde ich cool. Und nun habe ich natürlich auch Bock, die rauszunehmen, euch zu zeigen und Musik zu machen. Das ist ja klar. Die sind schon Premium. Also, so sehen sie aus. Das ist fürs... Welches Ohr ist das? Fürs... Wieder? Links. Das ist links. Ich muss mal die Schärfe hinkriegen. Hier machen wir die Schärfe. Hier, der Kasten wurde immer gut erkannt. Und jetzt habe ich die auch. Schärfe. Leg die mal hier oben drauf. Huch, das ist einer. Weg ist er. Hier ist er wieder. Legs nochmal drauf. So. Schärfe. Komm her mit der Schärfe. Chat. Nochmal ein A. Er will fliehen. Aber nicht mit mir. Er kommt ins Ohr. Hier flieht niemand. Das ist links. Und das muss man jetzt einfach ins Ohr drücken. Achtung. Einfach rein. Wow. Wow. Und ich höre mich schon. Ich höre mich schon, weil ich habe es nämlich vorbereitet. Das ist nämlich richtig schlau. Nimm ich den anderen raus. Rechts. So. Auch ins Ohr. Die stehen mir gut, oder? Was sagt die Chat? Hose. Und das ist das Bettchen. Jetzt kann man es nochmal sehen. Hier leben die drin. Nehmen sie nie wieder raus. Jetzt haben... Es geht noch weiter, Leute. Das war noch... Das war das Unboxing. Aber es ist noch nicht komplett. Denn... Diese Kopfhörer haben hier auch so Touch. Man kann auf dieser Oberfläche rumfahren. Damit stelle ich dann die Lautstärke ein. Nach oben wischen und nach unten wischen. Damit es leiser und lauter... Äh... Ich kann es nicht mal... Leiser und lauter. Ihr habt mich verstanden. Das kann ich einstellen. Also nehme ich die mit. Die sind sehr schön ergonomisch designt. Und ich würde sagen... Die starten jetzt mit der Mucke, oder? Was sagt der Chat? Was sagt der Chat? Wollen wir musizieren? Ja? Oh. Nein, passend zum Outfit. Passend sehr zum Outfit. Okay. Dann gehen wir mal zum Musizieren. Ich muss mal alles stoppen. Und gehe hier auf den Computer. Ich habe mir nämlich gedacht, das wäre erstmal gut zum Anfang, dass wir ein paar Loops nehmen, dass ich den Chat frage, also dich frage, was magst du heute für Musik haben? Was hast du für eine Stimmung? Und dass wir dann dank Bose heute hier gemeinsam musizieren. Das wäre mein Wunsch. Also Chat. Welches Genre? Welches Instrument? Welche Stimmung? Welches Feeling? Was willst du, Chat? Du entscheidest. Drum and Bass. Drum and Bass willst du haben. Also, gehen wir mal raus aufs Genre. Wir nehmen erst mal ein paar Loops. Ja, so fange ich immer an. Drum and Bass. Wie fange ich an mit Drum and Bass? Vielleicht nehme ich erstmal... Also, es kommt noch viel mehr. Der Chat hat noch viel mehr zu schreiben hier. Funky Chill. Saxophon geht immer. Techno, Müdigkeit nach der Arbeit. Einfach schlafen oder aufwachen. Scooter. Locker Schlager. Industrial. 80er. 80er ist auch gut. Aber Saxophon. Ihr wollt ein Saxophon? Ich weiß nicht genau, wie ihr darauf kommt, dass ein Saxophon eine gute Idee wäre. Aber, okay. Nehmen wir ein Saxophon. Was ist das für ein Saxophon? Ist das das Richtige? Das ist zu lang. Das wollen wir nicht. Wir nehmen alles raus. Wir nehmen alles raus. So. Wir hören mal durch. Das ist zu... Das ist geil. Nehmen wir das? Das fühle ich schon. Das ist schon so ein bisschen... Hört sich übrigens sehr gut an. Dank meiner... Bose... Kopfhörer hier. Die Quiet Comfort Earbuds 2. Also, das nehme ich jetzt. Zieh ich rüber. Alles nur rein. Chat, was fehlt. Und dann Hip-Hop-Beat dazu. Hab ich grad gelesen. Beat. Hip-Hop? Ich weiß nicht. Ich finde, TikTok reicht's vielleicht. Ich warte immer auf Feedback vom Chat. Es fängt auf jeden Fall komisch an. Ich nehme erst mal ein Beat. Nehmen wir erst mal so ein Easy-Beat. Ein Standard. Standard-Ding. Ja? Ne, das mal laufen. So. So ein bisschen lauter. Einfach wischen. Ja. Was brauchen wir noch? Vielleicht Bells? Die ist gut. Die ist gut. Die nehmen wir. Oder? Die ist doch gut. Erstmal ein Bass. Bass-Gitarre. Was für ein Bass? Oder Bass? Packen wir mal irgendwo hier hin. Nehmen wir mit. Achtung. Klingt wie ein Basic-Menü-Sound. Ja, geil. Dann machen wir jetzt Videospiel-Mucke. Choose your player. Player 1. Aber stimmt, der Beat ist wirklich geil. Piano. Was haben wir? Wir haben Tiss-Moll. Piano. Piana. Piano. Piano. Piono. Nehmen wir das so. So, Chat. Ich bin gespannt. Nehmen wir den hier. Finde ich auch geil. Aber ich brauche eigentlich eine andere Tonart. Legt ihr das hin? Zusammen? Ne, das schafft er nicht. Ein geiles PS1-Game. Yes. Okay, nehme ich die doch. Dann nehme ich die doch wieder. Das war ganz geil. Hey, Ray. Choose your fighter. Ich finde es ganz nice. Jetzt die Drums. Jetzt schon? Ne, ne. Wir nehmen mal hier noch. Was brauchen wir noch? Wir brauchen noch was geiles. Achtung, was passiert dir? Hier kommt was rein. Noise-Cancellation disabled. So, jetzt bin ich wieder hier. Jetzt bin ich wieder hier. Weiter geht's. Also, was brauchen wir noch, Chat? Powerball. Okay. Findet ihr die? Nehmen wir die? N74. N74 ist vor allen Dingen. Aber die ist geil. Ein bisschen leiser. Nehmen wir ein bisschen leiser rein. Achtung. Mal nach rechts. Komm. Jetzt fährt sie hoch. Achtung? Jetzt fährt man dich? ... ... ... ... ... ... ... Nee, auf keinen Fall. Oh, der ist gut. Moment. Den nehmen wir rein. Pass auf. Brauchen wir aber 80er-Jahre-Drums. Wer gefällt mir? Oder Beat. 80s Beat. Finden wir was, Chat? Nehmen wir einfach den direkt rein. Mach's bisschen lauter für euch. Hört mal rein. Achtung. 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 Weißt du, was ihr tun müsst? Chat, helft mir! Spammt Bose! Einfach im Chat B-O-S-E. Alle Bose eingeben. Bose, Bose, Bose. Ich will arbeiten. Mehr, 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 mehr. Viel zu viel. Wir haben doch die Funktion. Mach an jetzt. Es wird durch den Chat getriggert, dass die Noise Cancellation angeht. Like a Bose. Mehr, ich brauche viel mehr, Chat. So kann ich nicht arbeiten. Furchtbar. Kann ich ja nicht mal Startsitz spielen. Bose, mehr, mehr, mehr. Oh yeah. Es wird besser. Er ist nur leichter. Sehr gut, Chat. Sehr gut. Ah, mehr. Ah, Chat, geil. Bose, 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 mehr. Ja, ja. Gleich ist vorbei. Bisschen noch. Bisschen noch, Chat. Ich mach auch da einen geilen Beat runter. Komm. Bisschen mehr noch. Schrenkt euch an. Jetzt haben wir auch Bass. Jetzt ist der Bass auch da. Geil. Danke, Chat. Sehr gut. Sehr gut gelöst. Es ist sehr schön, wie ihr mitmacht. Sind wir bereit für Drums, Chat? Ey, komm, der Beat ist gut. Oder nicht? Und ihr fragt euch gerade, wie ich produziere, richtig? Der Pia Lola, vielen Dank. Ich hab hier diese wunderbaren Kopfhörer in Benutzung. Die Bose QuietComfort Earbuds 2. Mit der wunderbaren Noise Cancellation. Und die hat's möglich gemacht, dass ich diesen Rasenmäher nicht mehr höre. Und eigentlich wart ihr das auch. Immer gern. Okay. Was brauchen wir noch? Wir brauchen auf jeden Fall noch irgendwie was Fetziges. Der Synth ist gut, aber wir brauchen was Neues. Wadda. Wadda! Ey, das ist der Endgegner, Final Boss, was fehlt noch? Irgendwas, ein Clap oder so, oder Vocals, Vocals? Irgendwelche Vocals? Damit hab ich nicht gerechnet! Nein, nein, wir brauchen was anderes. Ja? Ja? Ne? Meine Vocals! Okay, ja! Hose! Pass auf! Hose! 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 Wir probieren mal Drums aus. Erst mal ein bisschen langsamer anfangen. Chat, ich seh euch. Ich seh... Come on! Come on, ihr wisst genau, was zu tun ist. Jetzt ist der Nachbar wieder am Mähen. Hätte ich doch nur Noise Cancellation. Hab ich ja. Aber er ist nicht an. Und ihr wisst, woran es liegt. Macht Bose an. Okay, ich mach mit. Ihr swampt Bose und ich raste aus am Drumset, okay? Okay. Mehr, mehr, mehr Leute. Immer mehr. Da. Mehr rein. Mehr rein. Ich spiel weiter. ahora. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wo kratzt es denn? Das muss ich checken. Das check ich jetzt. Ah. Jetzt ist das Kratzen weg. Jetzt ist das Kratzen weg. So Leute, wir machen noch eine Runde am Drumset, ja? Also ihr habt verstanden, immer wenn es laut wird, spammt ihr Bose. Dann wird es leiser bei mir. Dingo. Seit Wochen hängt das Skate-Deck schief. Ja. Ist aber nicht so schlimm. Sehr gut. Also. Gehen wir an die Drums. Und dann machen wir weiter hier die Mucke. Weil der Soundtrack ist gut. Der Soundtrack hier ist gut. Und die Frage, was ihr wollt. Gibt es einen Vorschlag? Community. Erste. Erste Call wird umgesetzt. Red Below läuft. Rammstein. Du willst Rammstein. Du könntest ja Rammstein und Drums mal machen. Also Rammstein und Drums ist natürlich schwierig. Aber. Also ohne die Gitarren, meine ich. Jetzt ist es schwierig. Und es ist sehr präzise gespielt. Sehr präzise. Aber wir gehen mal hin. Wir gehen mal an die Drums. Machen da weiter. Und. Schau mal rein. Also Rammstein hast du gesagt. Okay. Okay. Rammstein, ja? Also für alle anderen. Rammstein. Rammstein. Ist doch eigentlich sowas. Immer auf die Oberschenkel hauen. Das ist Rammstein. 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 So, oder? Fühlt ihr das? Chat? Bisschen schon, oder? Es ist anstrengend, ich muss lachen, es ist halt sehr dumm ohne Bass oder ohne Gitarre, aber ich finde es irgendwie auch witzig, wenn ihr mir, also, du hast, das ist glaube ich so. Plus, wie war die Strophe? Die war ein bisschen anders. Wie war die Strophe, Chat? Das war's. Das war's. Irgendwie so, habt ihr andere Ideen? On Point. Ja, man. Das ist amazing. Rumpsteen. Auf der Mainpage, ja. Komm, habt ihr andere Ideen, Chat? Was machen wir noch? Alter, das war Rampstein. Das ist Drums bei Rampstein. Habt ihr andere Drumideen? Mehr gibt's ja nicht. Mehr Drums gibt's ja nicht. Es gibt ja nur noch, was ist jetzt schon wieder? Was ist jetzt schon wieder los? Chat, ihr seid sehr, sehr laut. Chat, ihr seid sehr laut. Ich wollte euch grad den Trainshuffle beibringen, aber ich kann mich nicht konzentrieren. Wisst ihr, was ihr machen müsst? Wir sind hier auf der Mainpage. Das freut mich sehr und sind Leute hinzugekommen. Aber gemeinsam schaffen wir's, dass ich endlich wieder Ruhe hab und ihr auch, indem ihr Bose, 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 Bose triggert. Immer Bose triggern. Ist schon weg. Habt ihr schon gut gemacht. Also Trainshuffle. Trainshuffle. Den braucht man für Oldies. Könnt ihr euch jetzt samplen, wenn ihr wollt? Schenk ich euch. Macht ne Aufnahme von meinem Trainshuffle und macht daraus einen Song. Pass auf, wir machen jetzt für euch einen Clip. Könnt ihr clippen? Schenk ich euch die Aufnahme. Macht daraus meinen Song. Achtung. Ein bisschen langsamer, ne? Für Gitarren und so. Da wollte ich euch gerade eine Aufnahme machen. Gerade jetzt. Gerade jetzt wollte ich euch was schenken. Und dann wird's wieder laut. Ihr seht's hier in der Anzeige. Hier ist sie. Noise Cancellation. Ist nicht am Laufen. Nur ihr könnt's regeln. Es mag banal sein. Für mich macht's einen Riesenunterschied. Also macht gern mit. Bose. Bose, 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 Bose. So. Jetzt schenke ich euch was. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Oh, Moment, Moment. Das habe ich mir anders vorgestellt. Einen Moment, warten Sie. Warten Sie, Ladies and Gentlemen. Hier, das machen wir direkt nochmal. Hier, ne, da aber, jetzt, Moment. Ich habe am Kabel gerüttelt, das war sehr dumm. Sehr dumm. Jetzt vielleicht? Kommt da was? Ja, da ist was. Ja, da ist was. Okay. Na gut. Was geht ab? Dritts. 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 Ich will nicht rein. Der will nicht rein. Der will nicht rein. Moment, Moment, Moment. Moment, Moment. Äh, äh. Hallo. Hallo. Hier ist Dritts. Ich will nicht rein in den Track. Ist egal. Du bist jetzt drin. Okay. Was ist hier los? Wir brauchen mehr geile, geile Bässe hier. Niki, Baguetta. Er hat meinen Namen gesagt. Wirst du dich auch nicht rein? Sam Tex? Na klar. Ist auch nicht drin. Der will auch nicht rein. Chat, wir haben auch keinen Bock drauf, auf diesen ganzen Kram. Kommt da auch rein in Berlin. Kultiviert. Schreibt, Anzeige ist raus, wenn ich im Song bin. Okay, ich will rein. Geil. Aber der Song ist geil. Gefällt mir. Der ist gut hier. Der hier. 6k. Ich bin Beifahrer. Im Bus der guten Laune. Wollen wir uns Hilti nehmen? Klar. Komm. Oh, leiser. Der passt nicht. Leiser. Pass auf. Oh, vielleicht. Der Beat ist super nice. Da kannst du viel mit anstellen. Der ist super gut. Aber der Lead muss raus hier. Das fehlt. Das fehlt. Kaubel. Schon wieder? Okay. Ne. Ne. Passt doch nicht. Wir brauchen irgendwie eine... Klinti war geil. Sagt ihr? Wirklich? Habe ich verschrieben. Ne. 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 Go home. You're drunk. Oh. Geil. Leise rein. Leise von links kommen. Oh. Ne. Warte. Und zwar. Ich habe einen falschen Start. Warum habe ich einen falschen Start? Jetzt aber. Gitarrenriff fehlt. Plusflip. Gitarrenriff fehlt. Gitarrenriff fehlt. Mach es euch ein bisschen lauter. Bockt ja. Okay. Gitarren. Wobei. Meinst du wirklich? Claps eher. Oder Percussions. Sowas. So ein bisschen. 80s Percussions. Ne. So ein bisschen. REALுENT GUY Das ist gut. Leise aber. 해서. Das ist es. Das ist es. Das ist es. Okay. Okay, pass auf. Was brauchen wir noch? Steeldrums? Haut alles raus. Absteig, Gitarretreff. Ich glaube, ich habe keine harten Gitarren drauf. Heavy, Gitarre. Wie soll das auch passen, frage ich mich. Ah, wobei. Was haben wir denn? Blues, Gitarre. Ich arbeite nur mit Loops gerade. Das ist nur eine Idee, wie man an ein Lied rangehen könnte. Versteht ihr? Ace. 909 Kickdrum. Das ist schlau. 909 Kickdrum wird auf jeden Fall nochmal schönen Subbas geben. Das ist Quatsch. Reicher. Das ist Quatsch. Wobbel. Ich glaube, Gitarren fühle ich nicht. Ich glaube, ich würde mich nochmal mehr um den Bass kümmern. Oder um irgendwie Effekts. Irgendwie so Quatschsachen. Das ist auch immer gut. Das haben wir denn bei Techno. Das haben wir denn schön bei Techno, Leute. Zu viel. Zu viel. Aber kann man mal als Effekt bringen. Aber zu viel. Gibt Techno? Ne, passt nicht. Natürlich nicht. Wir bleiben mal bei Claps. Das fand ich gut, was ihr eben geschrieben habt. Claps oder 909. 909. Wo ist die 909? Instrument natürlich. Keine 909? Haben wir denn der 808? Hm. 8. Hi-Hat. Oh ja. So ist gut. Hi-Hat bringt immer was. Bring mir rein, ja. Immer mehr. Aber. Ich hätte noch so eine richtig knallige Snare. Tuck. 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 Willst du hier so eine richtig knallige? Hopsleer. Ja. Das ist es. Fühlt jetzt. Ein bisschen leiser. Warum? Warum leiser? Die ist doch geil. Leiser wirklich? Scheiße. Entschuldigung. Okay. Komm nur manchmal. Aber ist gut. Guck mal. Ich grüße dich. Ich freu mich auch, wenn du das lag. Wir machen hier eine geile 80er Jahre Endgegnermucke. Ich stelle dir grad so ein Kampfspiel vor. Wie so ein Beat-em-up. Da sind sie alle zusammen. Und da kommt sie rein, die Snare. Da stehen sie alle im Kreis, im Hintergrund. Und da wird gekämpft. Da kommt die Snare rein. rein. Und da gibt es immer Slaps. Das ist geil. Ein bisschen lauter aber, oder? Ja, es schießt wir weiter. Harmonischer Synth-Court. Nee, haben wir, ne? Schöne Kick noch. Schöne Kick noch rein. Das ist ein Bass viel los jetzt, hört ihr das? Alle Leute, die einen Zapufer haben, können wir drauf achten, was gerade schön an der Kalotte abgeht unten. Da ist untenrum richtig was los. Das passt aber nicht. Hm. Nee, was fehlt denn? Eigentlich bin ich zufrieden. Ist denn Perkursivis noch in der Bassdrum? Wollt ihr das haben? Für mehr Akzente? Brauchen wir das? Ich weiß nicht. Ist nicht falsch. Aber ist auch sehr übertrieben. Die alle ist hier. Oh, oh. Oh, oh. Da habe ich was gehört. Baby, Pam. Also jetzt gerade sind wir bei... Wobei, biete mal ein Menü. Hügelberger Dün. üt Younger Dün. Hügelberger Dün. Und es ist jetzt hier auch immer wieder... Dünne Dün. Eben. Und sair, Dünne, in uns... Dünne Dün. Tschüss, ihr Feiter. Tschüss, Player. Okay, finde ich gut, aber da brauchen wir noch mehr Melodie, da habt ihr recht. Jetzt haben wir wieder Räume. Was brauchen wir? Ach, BPM wieder höher. Okay. Es könnte auch Menü-Melodie sein. Indem es erstmal ein bisschen moderat startet und dann wird es nochmal schneller, um den Druck zu gerieren. So. Ich weiß aber nicht, was wir brauchen. Im Text. Eigentlich finde ich es gut. Vielleicht ein Solo. Irgendwie ein Solo oder so. Melodie. Ja, das ist zu krass. Die letzte Episode. Jawollo. Bisschen langsamer aber. 127. Pass auf, wir fangen so an. Pass auf. Gehen leiser. Bisschen mehr rechts. Jetzt bauen wir den Track auf. Das ist geil. Leute, nehmt mit. Nehmt auf. Jetzt bauen wir den Track auf. Pass auf. Das haben wir alles. Sie haben ja so viel Kram schon. Achtung. Lass mich jetzt lauter. Tut ihr weiter. You decide. Butt. Wah. Ich bin da. Not yet. Slic. Bisschen rein. Bisschen rein. Bisschen rein. Tschack. Bisschen rein. Bisschen rein. Dann fällt jetzt der Hip-Hop-Beat raus. Pass auf. Fällt es raus. Dann kommen wir mit der Hi-Hat rein. Wir bringen die Snare. Wir bringen unseren Back-Beat 80s. Pass auf. Chip-Beat. Hey, wie geil ist das? Jetzt ehrlich. Ist doch Hammer. Raus. Brauchen wir nicht. Das nehmen wir doch. Nehmen wir doch diese Sims hier. Pass auf. Gehen wir ein bisschen lauter. Klärpause. 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 Ja, das ist geil. Feier ich richtig. Lauter. Schett, was sagt ihr? Wie viel? Ey Nachbarn. Was sagt ihr schon wieder? Leute, hört es doch auf. Ich mach die Mucke aus. Ihr hört es doch auf. Da wird wieder gesaugt. Das ist furchtbar. Boze in den Chat Spam. Dann hört es wieder leise. Dann hört es wieder leise. Dann hört es wieder leise. Bitte. Es stört mich. Da kann ich nämlich schön meine Noise-Cancellation hier ausnutzen. Boze, 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 Boze. Ich mein's ernst. Leute. Jetzt geht's doch nicht weiter. Ihr müsst da weitermachen. Also ihr müsst es... Es muss raus. Ist ja furchtbar. Boze, 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 Boze. Mehr. Wir wollen den Beat hören. Wir machen gerade die Titelmusik zu Knight Rider 2. Das müsst ihr ja wohl berücksichtigen. Ah, Gott. Gut, dass ich hier diesen Knopf hab. Aber nur ihr könnt es triggern. Ihr könnt es triggern. Night Saver Rider 2. Boze, Boze, Boze. The Girly Gamer. Grüß dich. Hati Sascha. Den haben wir noch. Schreibt alle rein. Ich will euren Namen vorlesen. Wo ist das Problem? Frau Basako. Fable Escobar. Du auch da. Wir haben es geschafft. Hört ihr das? Und wisst ihr was? Hört ihr das? Oh yeah. Aber es ist geil. Ich will aber den Beat wechseln. Achtung. Nehm mich raus. Ich bring jetzt mal den Hip-Hop-Beat rein. Mal gucken, wie das so kommt. Sofort auf Ballern. Sofort auf Ballern bringen. Ein bisschen warten. Achtung. Achtung. Auf die Schnee läuft nicht. Achtung. Die Schnee läuft nicht. Jet. Drei, zwei. Wir machen weiter. Es macht nur Spaß. Hey, ganz ehrlich. Chat. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Aber so ein paar Loops sind verschieden. Es ist einfach das Schönste. Es macht Spaß. Es ist annehmbar. Es ist einfach nur eine Idee. Versteht's nicht falsch. Ich geh jetzt nicht hier raus und sage, das ist der Track. So macht mal Wunke. Das sind Ideen. So sammle ich Ideen und damit kann man dann arbeiten. Die kann man verfeinern oder eben nicht. Aber fürs Ideensammeln sind Loops. Super. Ja? Das macht Bock. Das brauchen wir. Andere Bässe. Oder ein geiles anderes Instrument. Ein Shaker. Ein Shaker ist immer gut. Check-up. Bringts. Bringts immer. Kongas. Gib mir Kongas. Ne? Immer? Sofort hat ein bisschen die Bass. Gut. Na aber. Was meint ihr? Ey, die finde ich nicht so gut. Die feier ich nicht so sehr. Logic. Arbeite mit Logic. Siehst du auch. Wir gehen mal ein bisschen langsamer. Und nehmen den Ball raus jetzt. Der bleibt. Der Bass geht raus. Der ist vorbei jetzt. Wir starten neu. Wir nehmen jetzt den Hip-Hop-Beat. Der ist gut. Der gefällt mir. Da brauche ich noch einen Bass drin. Forever Bass. Nehmen wir es mal weg. Wenn ich rausgehen würde und tanzen könnte, würde ich dazu abzappeln. Chat, das ist nett. Das hier ist epic. B-Moll. B-Moll, Leute. Merken wir uns das. Den bringen wir rein. Den bringen wir rein. Auch gut. Nehm ich auch mit. Nehm ich auch mit. Oder? Chat, was sagt ihr? Über den Haben? Auf B-Moll. B-Moll ist stark. Aber wisst ihr was? Wir machen. Weiter. Nachdem wir uns erstmal alle vorgestellt haben. Leute. Es kommen immer mehr Leute in den Stream. Das ist sehr sehr schön. Ich bin gerade schön am musizieren. Aber das mache ich nicht grundlos. Und viele von euch wissen wahrscheinlich gar nicht wer hier ist. Das bin ich. Ich bin der Krogi. Michael Krogmann. Und ich sitze hier nicht ohne Grund. Denn ich stelle ein Produkt vor. Die wunderbaren Hose. Achtung. Schärfe. Wo ist es? QuietComfort Earbuds 2. Hallo. So. Und diese wunderbaren Kopfhörer. Hier steht es schon. Haben eine ganz tolle Noise Cancellation eingebaut. Die weltweit beste. Und ich kann es bestätigen. Denn ich höre fast nichts. Und muss mich ganz doll konzentrieren, dass ich auf meine Stimme achte. Wirklich. Ich höre die nämlich fast gar nicht. Ich habe diese innere Stimme. Und das ist ganz ungewohnt. Aber die Dinger habe ich drin. Die haben wir schon ausgepackt. Ich habe sie schon in meinem Ohr. Und damit machen wir die ganze Zeit Musik. Und das ist ganz ganz hervorragend. Und ihr habt natürlich die Möglichkeit, diese Kopfhörer mit diesen Einsätzen hier wunderbar auf eure Ohren einzustellen. Versteht ihr? Und das Schöne ist, Rose sagt selber, yo, wir haben alle ein individuelles Gehör und alle müssen es verschieden hören. Dementsprechend habe ich hier auch einen Equalizer, den ich mit der App einstellen kann. Und habe hier ein Premium Hörerlebnis. Und das kann ich gerade auf jeden Fall, wie soll ich das sagen, bestätigen. Auf jeden Fall. Und da werden wir auf jeden Fall die ganze Zeit nochmal reingehen und euch auch noch ein paar Sachen vorstellen. Ein paar Features vorstellen. Aber ich will auch musizieren. Weil diese Dinger, diese Kopfhörer, diese Premium Kopfhörer von Bose sind auch dazu da zu musizieren. Und ich habe hier ein Schlagzeug. Da gehe ich ab und zu mal ran, mache Musik. Und manchmal sitze ich auch hier am Computer und mache Musik. Hört sich geil an. Und ich hoffe auch, dass es sich für euch schön anhört. Das ist mir auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Wenn ihr also manchmal hier im Stream unnatürliche Geräusche hört. Ja? Wie zum Beispiel ein Rasenmäher. Ein Staubsauger. So Dinge, die man von zu Hause kennt. Wo man denkt, Alter, lass mich in Ruhe. Ich will jetzt zocken. Ich will Musik hören. Ich will meine Ruhe haben. Oder ich will musizieren. Dann macht ihr hier den Knopf an. Dann habt ihr schön Noise Cancellation drauf. Und habt Ruhe. Und das haben wir im Stream auch. Wenn die Störung reinkommt. Dann einfach Bose schreiben. Und ich kann weitermachen. Und wann sitzt du wieder am Schlagzeug? Ich kann wieder am Schlagzeug gehen. Ich war gerade aber so verliebt in meinen Beat, den wir gemacht haben. Ja? Der Beat bislang war sehr, sehr schön. Wir haben, glaube ich, über 7000 Zuschauer am Start. Was überragend ist. Also gerne abonnieren. Ne. Gerne. Lass doch ein Follow da. Würde mich auch sehr freuen. Dann kommst du vielleicht nächstes Mal wieder. Aber das liegt auch daran, weil wir auf der Startseite sind. Das war ich natürlich. Und dementsprechend Dank an Bose. fürs Möglichmachen. Und das macht mir große Freude. Ich hoffe euch auch. So. Gehen wir ans Schlagzeug? Wollen wir? Nochmal? Oder lieber hier in die DAW? Der Beat eben war gut. Aber vielleicht nochmal kurz ans Drumset. Das Ding ist. Hängen geblieben. Wegen diesem Traum von Schlagzeug. Nur der Optik wegen. Wirklich? Du bist schon eine Stunde da? Dr. XOX? Leute. Dr. XOX ist eine Stunde hängen geblieben. Weil er sagt. Die Optik hier ist so schön. Schlagzeug mit Beat. Ja. Kriegt man den D-Sync noch raus? Ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber nicht jetzt. Es tut mir leid. Ich kriege gerade nicht hin. Deswegen. Gehe ich jetzt an die Drums. Hau mal drauf. Und dann gehen wir wieder an die DAW. Und machen einen neuen Track. Also den ersten Track haben wir fertig. Der Song heißt. Was haben wir gesagt? 6K? Warum? Ist das so? Ist das so die Mucke? Ich glaube schon. Halt den Boards im Hintergrund. Ah, verstehe. Wieso nur 6K? Wieso nur 6K? Okay. Wenn ich an die Drums gehe, Chat. Was möchtet ihr hören? Also. Ich spiele Drums. Wollt ihr mehr was ruhiges haben? Was schnelles haben? Soll ich so lange spielen, bis ich umkippe? Was wollt ihr? 6K? Was ist hier los? Entspannt. Was entspanntes? Naja. Es sind mehr als 6K da. Aber der Song eben hieß. Wieso nur 6K? Weniger Reden. Mehr Drum. Das krasseste Drum-Solo der Welt. Hart. Und schnell. Breakbeats. Please. Ja gut. Als Lautstärke lauter. So. So. Ja. So. Okay. Gehen wir an die Drums. Drums. Here we go. Okay. Ihr wollt ein Breakbeat hören. Was ist ein Breakbeat? Was genau bedeutet das? Ist das einfach so? Ich weiß auch nicht was das heißt. Ich kann den Chat hier nicht lesen. Ich muss einmal kurz gucken, ob das ein Breakbeat war. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Ich war zu schnell da. Ihr habt nicht geantwortet. War das ein Breakbeat? Ja. Genau sowas. Okay. Dann mach ich jetzt weiter Chat. Ja? Wenn euch das gefällt, ballert Emojis rein. Wenn euch das nicht gefällt, ballert Emojis rein. Also egal wie ihr euch fühlt. Emojis rein. Oder Bose schreiben. Einfach ein bisschen Interaktion hier. Das würde mich sehr freuen. Ich ziekst euch rein. Bist auch eines Z käytrimental, beist 3 ice Gr spins an. Das war's. 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 Auch. Das war's. 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 Das. Das war's. 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 Das ist. Das war's. 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 Jetzt. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.